ich will das display in der mitte aus willkommen können wir noch mal ganz kurz über den fullscreen reden danke willkommen zu einem game was lin mir freundlicherweise auf steam geschenkt hat also wenn ihr das seht wahrscheinlich wird lin ist vor so ziemlich jedem anderen sehen aber nevermind einmal bitte auf twitter anschreiben und ihr schreiben dass ihre hat und wenn du das siehst lin schreibt dich bitte auf twitter an und schreibt ja auch noch mal dass ihre hast also lin wollte das ist das unbedingt anzocker ich dachte mir ja ein tag ist ohnehin schon das was bei mir die meisten klicks hatte also warum nicht und was kann ich jetzt sagen ich glaube offen gestanden dass mein mikro ziemlich gerab gerade ist das kann ich schon mal sagen also es ist ein battle royale die graphics sind ungefähr so wie ich es erwartet hatte die sensitivity ist was ist die empfindlichkeit ist hier so was ist das ne tschüss tschüss ich habe mich ich bin raus ganz kurz diesen was ist das für ein recoil und was ist es hier vor allem findet ist sensitivity 12 von 10 schon mal für das aim ich kann glaube ich pro in dem game werden aber zugegebenermaßen die grafik ist ziemlich so wie ich es für einen game was 200 mb großes erwartet habe wie lang muss ich eigentlich auf die einschießen bis ich einen kill habe ich gehe mal fast schon davon aus dass es bot sind weil ich glaube fast schon dass du hier keine lobby mit spielern füllen könntest wobei ich offengestanden sogar gehofft hatte dass es spieler sind ich habe hier legit frame drops dass obwohl meine grafik hatte nicht mehr auf 50 prozent läuft darum stellt sich sensitivity zurück nachdem ich verreckt bin gut das heißt wir dürfen jetzt nicht noch mal verrecken das ist glaube ich die einzig logische schlussfolgerung ich habe auch mal ein game angezockt das habe ich aber nie hochgeladen weil ich mit der aufnahme nicht wirklich zufrieden war dieses game ist dieses andere ihr rap ich bin wieder so hypersensitive gut jetzt reagiert meine maus gar nicht mehr das ist auch nicht so geil ganz kurz ich verstehe immer noch nicht wie dieses game so also erst mal wie dieses game so schlecht gemacht sein kann zweitens wie dieses game so eine grafik leistung verbraucht vor allem das mit der grafik leistung ist mir ein rätsel wir schauen uns das mal ganz kurz an wie man so eine spray paranz machen kann wo ich glaube dass das erste kill auf diesem ok oder was auch immer teil sein soll ganz kurz könnt ihr in dem schaut ja mal in die augen also dass das game creepy ist das war mir von vornherein klar ne ganz kurz aber dass es so creepy ist das ist ein next level ganz kurz eine sache die wir bitte jetzt einmal einfach nicht vergessen dürfen ist dass das hier highest graphic settings sind kann sich so ein game hentai shooter nennen wenn die da überhaupt überhaupt noch was anhaben das ist ja die ist in ordnung traurig ist dass das gefühl habe dass ich sogar gut sein könnte in dem game wenn ich will das ist ne idee aber sagt mir was ihr wollt die ist creepy die ist creepy as fuck leaderboard finde ich ein naises leaderboard die namen 12 von 10 erst mal wenn es euch gefallen hat die bekommt noch ein headshot von mir auf hypersensitive oder die bekommt die wird noch weg ist die wird nicht weggesprayt weil ich drei millionen dpi in dem game drin habe also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch sehr gerne like abo etc da bis dahin